Hallo meine Lieben, damit ihr immer up-to-date seid, hier der neue Uploadplan. I am Alive, Postbortem, Sam & Max, Myst 5 und Dawnstar bleiben wie gewohnt. Neu dazugekommen ist Anna. Da kommt ein Part entweder montags oder Samstag um 18 Uhr. Lara Croft in the Guardian of Light bleibt weiterhin pausiert, da wir größere technische Probleme hatten als anfangs gedacht. Durch die Wünsch dir was Kategorien neu dazugekommen Tom Raider 4 kommt montags, mittwochs oder freitags um 15 Uhr und The Walking Dead dienstags, donnerstags oder Samstag um 20 Uhr. Start dieser beiden neuen LPs ist dann der kommende Montag. Jetzt seid ihr wieder up-to-date und wir sehen uns beim nächsten Uploadplan wieder. Bis dahin, tschüss, eure Thay.